Hallo, mein Name ist Thomas Wagner von der Filmpraxis. In diesem kurzen Video möchte ich einmal die ProDat Software Respeeder gegenüberstellen mit einem herkömmlichen Videoschnittprogramm und Ihnen zeigen, wie Sie damit optimale Ergebnisse erzielen. Ich habe hier eine Aufnahme von einem Leoparden. Der Clip ist ungefähr eine Sekunde lang. Ich spiele ihn mal ab. Und daraus möchte ich jetzt eine Zeitlupe machen. Bevor ich Respeeder benutze, zeige ich Ihnen erstmal das Ergebnis eines Videoschnittprogramms. Jetzt sagen Sie vielleicht, das sieht schon recht gut aus. Ich spiele den Clip noch einmal ab. Achten Sie mal auf den Bereich der Zunge. Und auch in der Kopfdrehung kann man sehr gut erkennen, dass dort Geisterbilder entstanden sind. Das liegt einfach daran, dass die Originalaufnahme zu wenig Videobilder pro Sekunde hat. Und dadurch entstehen jetzt in der Zeitlupe solche Ruckler. Ich spiele den Clip noch einmal ab. Achten Sie mal hier auf die Kopfdrehung und auf die Zunge. Das ist zwar sehr langsam, aber nicht wirklich schön. Als nächstes werde ich Respeeder benutzen. Die Respeeder-Software ist sehr einfach zu bedienen. Ich ziehe als erstes mal den Clip, den ich verwenden möchte, in den schwarzen Bereich. Ich lasse den hier fallen. Da ich nur den hinteren Bereich benutzen möchte, weil der Clip relativ lange ist, kann ich mir den Trim-Bereich nochmal extra markieren. Ich möchte nur dieses Stückchen hier verwenden. Von hier bis zum Ende, bzw. ich gehe rein, kurz bevor der Leopard die Zunge rausstreckt. Und jetzt kann ich bestimmen, ob ich eine Zeitlupe haben möchte oder einen Zeitraffer. Dafür stehen mir mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Ich kann zum einen die Geschwindigkeit über einen Prozentwert angeben. Ich kann auch die Laufzeit direkt bestimmen, indem ich festlege, wie lange mein Clip nach der Bearbeitung sein soll. Oder ich entscheide mich hier unten über die Leiste zu gehen. Dort kann ich die Werte direkt einstellen. Der Wert 1 zeigt mir an, dass der Clip in der normalen Geschwindigkeit wiedergegeben wird. Gehe ich auf die rechte Seite, bekomme ich einen Zeitraffer. Gehe ich auf die linke Seite, bekomme ich eine Zeitlupe. In diesem Fall entscheide ich mich für einen relativ hohen Wert, nämlich 10%. Ich kann mit Respeeder auch dynamische Zeitlupen machen. Das bedeutet, ich könnte mir hier über die grünen Markierungen jeweils immer bestimmte Bereiche auf der Timeline markieren und Werte nur für diesen Bereich festlegen. Damit kann ich also zum Beispiel sagen, dass der eine Bereich in einer Zeitlupe wiedergegeben wird und der andere in einem Zeitraffer. Sie kennen das vielleicht aus Werbeaufnahmen, wenn ein Auto auf die Kamera zufährt und kurz davor abbremst und in eine extreme Zeitlupe übergeht. Damit lassen sich gerade für Ihre Filme natürlich sehr hochemotionale Momente gestalten. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist die Auswahl des Zwischenbildmodus. Denn hier habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel mit dem Minus zu arbeiten. Damit erhalte ich ein ähnliches Ergebnis wie in meinem Schnittprogramm. Denn hier werden dann die Zwischenbilder durch Überblenden der Einzelbilder berechnet. Das kann dann wieder zu sogenannten Geisterbilder führen. Viel besser ist die zweite Möglichkeit, wenn ich auf das Plus gehe. Damit kann ich nämlich den sogenannten Optical Flow Modus aktivieren. Das bedeutet, dass die Zwischenbilder jetzt durch ganz spezielle Algorithmen berechnet werden und damit werden die Geisterbilder einfach verhindert. Wenn ich mit meinen Einstellungen fertig bin, dann brauche ich nur noch auf Export zu klicken. Ich kann hier die Kompressionsqualität noch bestimmen. Ich kann sagen, ob es als MPEG-4-Container oder aber als QuickTime-Off rausgegeben werden soll. Und zum Schluss brauche ich nur noch auf Export zu klicken. Und das Ergebnis zeige ich Ihnen nun. Achten Sie mal auf den Bereich der Zunge und auch der Kopfdrehung. Hier nochmal im direkten Vergleich. Links das Ergebnis des Schnittprogramms und rechts das Ergebnis von ReSpeeder. Ich gehe die Bilder mal per Einzelbild durch. Da können Sie die Unterschiede sehr gut erkennen. Achten Sie wieder hier in dem Bereich der Kopfdrehung und der Zunge. Im Ergebnis des Schnittprogramms sind die Unschärfen sehr deutlich. Hingegen ist das Ergebnis von ReSpeeder scharf und sauber. Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen zu ReSpeeder. Dort können Sie auch eine kostenlose Demo-Version anfordern und die Originalklips runterladen. Wenn Sie Fragen zu ReSpeeder oder zu Schnittprogramm haben, dann sprechen Sie uns bitte einfach an.